Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf die Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl im September. Wir wollen heute die Parteien im Bezug auf das Wohnen in Deutschland durchleuchten. Denn sowohl für Mieter als auch Vermieter gibt es nach den Wahlprogrammen der Parteien zukünftig zum Teil erhebliche Änderungen. Wenn ihr wissen wollt, welche Partei sich eher für Mieter und welche besser für Vermieter eignet, dann bleibt dran. Bevor es losgeht wie immer noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben gibt's uns seit kurzem auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für eure Unterstützung. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wohnungsmangel, explodierende Mietpreise und das drohende Platzen der Immobilienblase. Gerade in der aktuellen Krise und der bevorstehenden Bundestagswahl lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Programme im Wahlkampf. Denn der Blick auf die Wahlprogramme gibt ein gutes Bild darüber, welche Auswirkungen eine Regierungsbeteiligung der unterschiedlichen Parteien für Vermieter, Mieter, Eigenheimbesitzer und unsere Wirtschaft haben könnte. So verwies beispielsweise die aktuelle Studie der Humboldt-Universität auf die bedenkliche Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt. Gerade mit den aktuellen ansteigenden Verbraucherpreisen stellt sich das Verhältnis zwischen Einkommen und Mieten zunehmend als Problem dar. So haben beinahe 1,1 Millionen Haushalte in Deutschland nach Zahlung der Miete weniger als das Existenzminimum zum Leben übrig. Betroffen sind rund 13 Prozent aller Mieterhaushalte in deutschen Großstädten und somit insgesamt rund 2,1 Millionen Menschen. Doch nicht nur für Mieter ist der Blick ins Wahlprogramm interessant, auch Vermieter sind zukünftig von den unterschiedlichen Plänen der Parteien betroffen. Beginnen wir mit der CDU-CSU. Bei der CDU-CSU lautet die Devise Bauen, Bauen und noch mehr Bauen. Denn die Partei wirbt mit Unterstützung und Erleichterungen für Wohnungsbaugesellschaften, Bauherren und Eigenheimbesitzer. Bis 2025 sollen somit 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland entstehen, denn genügend Wohnraum sei die einzige Möglichkeit, um Mieter zu schützen und für stabile Mieten zu sorgen. Steuererleichterungen, weniger Bürokratie und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen dabei helfen, das Ziel zu erreichen. Welt.de schrieb hierzu. Zitat. Die zurzeit befristete Erhöhung der linearen Abschreibung von Herstellungskosten von 2 auf 5 Prozent soll verlängert werden. Ein Bauantrag solle zwei Monate nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet worden sein, was allerdings beispielsweise in Berlin bereits so gehandhabt wird. Zitat Ende. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Auch die SPD will neue Wohnungen bauen. So sollen im Jahr 100.000 Sozialwohnungen gebaut und eine Wohnungsgemeinnützigkeit eingeführt werden. Zudem soll die Spekulation mit Grund und Boden verhindert werden, indem kommunale Bauflächen zukünftig nicht an Unternehmen verkauft werden sollen. Ebenfalls soll ein Mietenmoratorium eingeführt werden, sodass Mieten für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflation steigen können. Die aktuelle Mietpreisbremse soll im Sinne der SPD unbefristet verlängert werden. Neben der Einführung eines zentralen Immobilienregisters, um Eigentümerstrukturen öffentlich zu machen, sprach sich die SPD auch für das alleinige Tragens der CO2-Bepreisung durch den Vermieter aus. Kommen wir zur FDP. Laut dem Wahlprogramm ist die Partei klar gegen Enteignungen, Mietpreisbremse oder Mietendeckel, denn diese Maßnahmen würden für eine zunehmende Wohnungsknappheit sorgen. Auch der Bau von Wohneigentum soll gefördert werden. Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb hierzu. Zitat. Die Liberalen setzen darauf mehr Bauflächen zu mobilisieren und mehr Wohnungen zu bauen. Um Wohneigentum zu fördern, will die FDP einen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für Privatpersonen bei der Grunderwerbssteuer einführen. Mit einem Baukostentüff will die Partei verhindern, dass neue gesetzliche Regelungen den Wohnungsbau teurer machen. Um Baugenehmigungen zu beschleunigen, schlägt die FDP die Entwicklung eines digitalen und teilautomatisierten Genehmigungsverfahrens vor. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. So soll beispielsweise zukünftig ein Bauantrag als genehmigt gelten, wenn die Behörde diesen nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bearbeitet hat. Der Ausbau von Baulücken, Brachflächen und Dachaufstockungen soll unterstützt werden. Über Wohnungsgeld sollen Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit bekommen, den Zugang zum freien Wohnungsmarkt zu erhalten. Die Berechtigung für eine Sozialwohnung soll erst dann erteilt werden, wenn die Wohnungssuche erfolglos bleibt. Kommen wir zur nächsten Partei. Die Linke wollen den Mietendeckel knallhart durchsetzen. So steht im Wahlprogramm folgendes. Zitat. Unser Ziel, die Explosion der Mieten nicht nur bremsen, sondern beenden und rückgängig machen. Besonders hohe Mieten müssen abgesenkt werden. Vermieter, die gegen den Mietendeckel verstoßen, müssen bestraft werden. Zitat Ende. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Der Mietendeckel soll somit deutschlandweit eingeführt werden und auch für Kleingewerbe, Handwerk, kulturelle Einrichtungen sowie für soziale und gemeinnützige Träger gelten. 15 Milliarden Euro will die Linke dabei jährlich in den sozialen kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau investieren. Mit dem Umbau von ehemaligen Kasernen sollen mehr Sozialwohnungen geschaffen werden. Zukünftig sollen laut dem Wahlprogramm der Linken die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen verboten werden. Auch die Eigenbedarfskündigungen sollen erschwert werden. Ferienwohnungen auf Plattformen wie Airbnb sollen in angespannten Wohnungslagen verboten werden. Mieter, die alle Rückstände bei der Miete beglichen haben, dürfen nicht gekündigt werden. Werfen wir einen Blick auf das Wahlprogramm der Grünen. Mieter und Eigenheimbesitzer sollen während Krisenzeiten geschützt und Zwangsräumungen verhindert werden. Zudem soll der Bau von Millionen Mietwohnungen gefördert werden. Die Begrenzung von Mieterhöhungen soll per Gesetz unbefristet gelten und jährlich auf 2,5 Prozent begrenzt werden. Der Betrachtungszeitraum für Mietspiegel soll von 6 auf 20 Jahre erhöht werden, das bedeutet faktisch ein Mietenstopp über viele Jahre hinweg. welt.de berichtete hierzu. Zitat Die Modernisierungsumlage soll maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter betragen. Die Grundsteuer sollen Vermieter alleine tragen. Umwandlungsverbot von Mietwohnungen ausweiten. Mietwucher stärker bestrafen. Eigenbedarfskündigungen sollen auf die tatsächliche Nutzung durch die Eigentümer und die nahen Verwandten beschränkt werden. Interessant für die Anhänger offener und transparenter Märkte, es soll ein Immobilienregister der Eigentümer eingeführt werden, ähnlich wie es bereits in skandinavischen Ländern üblich ist. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Zusätzlich planen die Grünen zahlreiche Vorschriften für die Sanierungen von Immobilien. So sollen Käufer von Bestandsimmobilien zu Sanierungen verpflichtet werden. Kommen wir zum Schluss zur AfD. Mietendeckel, Mietpreisbremse und andere Mietregeln lehnt die AfD ab. Im Gegensatz zudem sollen Eigenheime stark gefördert werden. Denn für selbstgenutzte Immobilien soll für Deutsche die Grunderwerbssteuer komplett gestrichen werden. Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet hierzu. Zitat. Ausländer ohne Hauptwohnsitz in Deutschland will die AfD jedoch mit einer erhöhten Grunderwerbssteuer von 20 Prozent zur Kasse bitten. Staatliche Wohnungsunternehmen sollen ihren Mieterinnen und Mietern ihre Wohnung zum Kauf anbieten, der Staat soll nach Wunsch der AfD mit Bürgschaften den Kauf von Wohnraum unterstützen. Zitat Ende. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Die Energiesparverordnung soll laut dem Wahlprogramm der AfD vollständig abgeschafft werden. Zudem sollen die Standards im Brand-, Wärme- und Schallschutz zurückgefahren werden. Zudem spricht sich die AfD gegen sozialen Wohnungsbau aus und will einkommensschwache Mieter im Gegenzug über das Wohngeld unterstützen. Und was denkt ihr? Zu welcher Partei tendiert ihr im Bezug auf das Wohnen in Deutschland? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience. 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 15 17